Der Gauntlet ist der Höhepunkt für jedes einzelne Team in dieser Saison. Acht Teams haben sich qualifiziert, nur drei werden am Ende weiterkommen. Alles beginnt von vorne und jeder kann gewinnen. Hätte nicht gedacht, dass wir es schaffen, aber wir haben uns ins Zeug gelegt und sind dabei. Dich hole ich mir, Nate. Alles klar, Champ. Ja, selbst. Alles gut. Jetzt wird's ernst. Okay, ähm, bereit? Ja. Wir sind soweit. Okay, los. Wie sind Ihre Aussichten für den nächsten Gauntlet? Also wir, wir sind wirklich, wirklich zuversichtlich. Es gibt eigentlich keinen ernsthaften Herausforderer. Niemand. Spoiler Alarm. Diese Saison wird genauso laufen wie in den letzten fünf Jahren. Jedes einzelne Team, das die Trophäe will, muss an mir vorbei. Du meinst uns? Nein. Ich meine mir. Wir schalten live zu Yume Tanaka vor ihrem ersten Rennen für Seneca nach monatelanger Verletzungspause. Yume, wie ist es, wieder dabei zu sein? Mike, das hier ist ohne Zweifel der beste Tag meines Lebens und das wichtigste Rennen meiner Karriere. Ich bin so entschlossen wie nie. Ich habe viel zu beweisen. Und weißt du was? Ich werde allen zeigen, dass ich besser bin als je zuvor. Wow, macht euch auf was gepasst. Schön, dass du wieder dabei bist, Yume. Ohne dich nicht dasselbe. Vielen Glück. Ohne dich nicht dasselbe. Ohne dich nicht Ohne dich nicht Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020